Da hätte ich nämlich davor nur noch ein Büschchen mehr aufholen müssen. Also da werden wir definitiv was mitnehmen. Ja. Okay. Wir machen das anders. Wir werden ein bisschen mehr ausholen hier. Ja, was stehen da auch so Fässer mitnehmen wie ich? Also, kann ich mal jetzt. Ja, 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 ja. Ich kann nichts dafür, wenn er es Fass mitmöchte. Ist nicht mein Problem. Locker. Nur minus 500 Punkte. Weiter geht's. Fangen wir durch die Baustelle. Ja, okay, 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 okay. Was machen wir dann? Dann den Auflieger. Ja. Und dann zischen wir geradeaus. Klar, kein Thema. Schaffen wir. Total einfach. Ja, auch wieder voll optimistisch. Ja. Wow. Ja. Wow. Da wollte ich eigentlich nicht drehen, aber das ist okay. Andere machen das wahrscheinlich in 20 Sekunden hier. Aber wie gesagt, ich messe mich nicht an anderen. Ich spiele, weil es mir Spaß macht und ich euch das einfach aus dem Grunde zeigen wollte. Flupp und durch geht's. Ab die Post. Na, 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 wer ist hier und so? Das hat mit Auflieger besser funktioniert als nur mit der Zugmaschine. Ich muss sagen, wir kommen heute recht, wirklich gut durch. Nein, rückwärts. Okay, hatte ich gesagt, wir sind schnell heute. Okay, darum mache ich eine Kehrtwende. Ja. Okay. Das mache ich aber lieber so. Was soll ich auch bitte bleiben? Gut. Ich komme mich echt schon da hinten an? Ernsthaft? Ich bin ein Auto. Vielen Dank. Ja, was stehen da auch immer diese Aufrufe? Okay, wir haben uns verfranzed, würde ich sagen. Ich bin schon wieder viel zu schräg daran. Nein, es ist echt nervig. Okay. Nein, so wollte ich das nicht. Du fährst bitte vorwärts. Okay, wir korrigieren nochmal. Ich bin ja jetzt nicht so, ne? Also, ich wollte euch ja jetzt nur zeigen, wie man es halt eben nicht macht. Okay. 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 Was ist da da noch rum, ne? Okay. 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 Ich mach das anders. Okay. Okay. Äh. Falsch gedacht. Ich habe falsch gedacht. Okay. 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 So, jetzt mal... okay ich muss was anderes machen was ist denn heute hier also heute ärgert mich mein menschen mit programm irgendwie sag mal also ist jetzt hier ist doch schon wieder der wurm drin jetzt oder nicht ich bin nicht so weit an den autos wissen was ich mache jetzt habe ich die fachsendicke wir machen jetzt ganz anders schnauze voll hier verdammt nochmal ich weiß dass wir anders gedacht Nadine Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich will nur hier rumkommen. Ich habe jetzt die Faxendicke hier. Sag mal, das gibt es doch nicht. Ich lasse mich hier nicht... Ja, ja. Ich habe schon 95.000 Punkte und Fehler und bin jetzt egal. Hören wir mal hier rauskommen langsam, Mensch. Ja, ja, es ist nur der Aufleger. Jetzt meckern doch nicht so. Den Autos geht es doch noch total super. Hallo, Kollege. Also immer dieses Faxendicke hier verstehe ich überhaupt nicht. Tja, Mensch, ging doch voll schnell. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja.